Musik 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 Hallo ist der Sofa, ich bin hier in dem Volteci Studios Park im Nisseland Ressort Paris und im Restaurant Oncolis und mal gucken ob wir noch einen kleinen Snack kriegen für heute Abend Mal schauen, gucken wir mal auf die Anzeige, was es so schönes gibt So, es gibt hier noch Menüs Die 1 für Fischburger mit Salat oder Pommes und Getränkte $12,99 Die 2 wäre ein Chippenburger mit Salat oder Pommes mit Joghurt oder Brownie und Getränkte $13,99 Obenie Nr. 3 ist ein Chardes-Cruise-Burger mit Salat oder Pommes, einem Fruchtstab oder einem Nacken-Mais oder ein Getränkte $14,99 Aber ich glaube wir nehmen auch etwas à la carte, mal schauen Ja, die Burger haben auch Kommiss dabei, Chicken Nuggets bis einzeln Ja, mal schauen Oder ein Salat? Nein, ich glaube nicht Haha, alles klar, wollen wir mal schauen, was uns geht in hier Ja, dem Restaurant En Colis Hier ist schon sehr viel geschlossen Also wir sind hier, wo der Park voll ist, ist hier nicht mehr voll Mal gucken Hi, hello Hey, hey Vielen Dank. So, wir haben uns jetzt entschieden für Meni Nummer 4. Und zwar ist das so ein Rinderburger mit dem 25. Geburtstag, Pommes und Cola. Es gibt ja noch einen Nachtisch dazu, den haben wir jetzt nicht bestellt. Wir haben es quasi à la carte genommen. Im Grunde kostet es dasselbe. Also nehmt immer ein Menü, ist günstiger. Also auch wenn ihr einen Burger esst, die Pommes sind eh dabei. Und die Cola dazu kostet mehr als wenn ihr das Menü nimmt. Ja, aber bevor wir es jetzt wegschmeißen, weil wir gar nicht so einen Appetit haben, so großen Hunger. Der Burger sah so lecker aus. Ich zeige ihn euch mal. Okay, der Burger sieht ein bisschen fettiger aus als auf dem Bild. Aber okay. Und Pommes... Ja, wird schon schmecken. Alles klar. Das war dein Disney-Opa. Aus den Walt Disney Studios. Aus dem Restaurant En Colise. Ein SB Restaurant, Counter Restaurant. Direkt im Studio 1. Von den Walt Disney Studios. Im Disneyland Resort Paris. Tschüss, dann bis zum nächsten Mal. Euer Disney-Opa. Tschüss, dann bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017